Die Kette der atlantischen Tiefausläufer reißt nicht ab und so erwartet uns mildes, windiges und gebietsweise regnerisches Wetter. Heute Nacht regnet es zum Teil kräftig. In den östlichen Hochlagen kann auch gefrierender Regen oder Schnee dabei sein. Später im Westen und Südwesten ein paar Wolken lücken und längere Zeit trocken. Morgen etwa nördlich des Mainz gebietsweise Nassim, Süden und Südwesten meist trocken. Ab und zu zeigt sich dort auch die Sonne am längsten in Alpennähe. Im äußersten Westen heute Nacht nahe 10, im südöstlichen Bergland um 0 Grad. Dort morgen niedrige einstellige Werte an Rhein und Main dagegen knapp über 10 Grad. Am Montag sehr windig und nass im äußersten Süden sorgen ergiebige Regenfälle für Hochwassergefahr, dabei wird es noch milder. Ähnlich auch am Dienstag und am Mittwoch setzt sich das milde und wechselhafte Wetter fort.